Oh, wie ist das schön, so was hat man lang nicht gewinnt. Willkommen zu hören! Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so was hat man lang nicht gewinnt. So schön, so schön, oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön, so was hat man lang nicht gewinnt. So schön, so schön, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so was hat man lang nicht gewinnt. So schön, so schön! So schön, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, oh. So sehen Sie aus! So sehen Sie aus! So sehen Sie aus! So sehen Sie aus! Ganz egal, was auch abgeht! Die ganze Mannschaft ist bereit hinter dem Brandenburger Tor! So sehen Sie aus! So sehen Sie aus! Schalalalalala, wo sehen Sie, schalalalalala Wo sehen Sie, oder wenn man noch, da, 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 da Bastiaz Weinsteiger, schalalala, ja Bastiaz Weinsteiger, schalalalalala Bastiaz Weinsteiger, schalalala, ja Bastiaz Weinsteiger, schalalala, ja Superdisco, Superp으�la, die Superstrau Komm, 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 komm Nach vorne, kann er mit uns stehen Komm, komm, fliegen und dann durch So sehen Sie aus Schalalala, so sehen Sie aus Schalalalalala, so sehen Sie aus Schalalalalala, so sehen Sie aus Schalalalalala, Deutschland, Deutschland 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 Berlin, wir sind gleich soweit. Kurze Frage, sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Das hat mich nicht überzeugt, Berlin. Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Sollen wir den Weltmeister 2014 auf die Bühne holen? Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Und da ist er, der Bundestrainer Jogi! Und er und der Dauberstrainer Andi. Herzlich Willkommen in Berlin, der 104.6 in Berlin zum Radio. Radio, 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 Radio. Berlin, seid ihr bereit für den Weltmeister? Dann holt alles in die Luft, was ihr habt. Alle Fahnen, alle Scheiß. Super Deutschland, Super Deutschland, Super Deutschland. Der Wahnsinn! Šualaťa, Šula laud, Šuala laud. Yo, 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 let's go! Und schon wieder geile Stimmung, schalala. Und schon wieder geile Stimmung, schalala. Und schon wieder geile Stimmung. Und schon wieder geile Stimmung, schalala. Wir wollen die Macht aufsehen, wir wollen die Macht aufsehen, wir wollen die Macht aufsehen, wir wollen den Träner sehen! Ladi, 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 Ladi. Ladi, Ladi, Ladi. Die große Frage ist jetzt natürlich, wenn die Mannschaft kommt, kann sie sich hier hinstellen, dorthin stellen oder nach vorne stellen. Ich frage mal, wer ist dafür, dass die Mannschaft sich hier hinstellt? Okay, nicht schlecht. Wer ist dafür, dass die Mannschaft sich hier hinstellt? Ah, das war ausgeglichen. Wer ist dafür, dass die Mannschaft sich hier hinstellt? Und wer ist dafür, dass die Mannschaft runterkommt zu euch? Okay, wir brauchen noch etwas Motivation. Die Spieler sind nervös. WM-Finale kein Ding. Aber hier die Fanmeile, die größte Fanmeile Europas, da haben die ein bisschen Schiss. Sollen wir sie nochmal rufen? So sehen Sieger aus. Sollen wir siebentigend. Sollen wir siebentigend. Sollen wir siebentigend. Da 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 DONDEENSEJA Da 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 la la Nowa Junior Come over town But everyone so glad You're hanging so down Choosing your battle Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle You're on the front, high up everyone'sRIAD Ihr erinnert euch an diesen Song, das war 2010. Sind wir 2010 Weltmeister geworden? Sind wir 2006 Weltmeister geworden? Sind wir 2002 Weltmeister geworden? Sind wir 2014 Weltmeister? Sind wir 2011 Weltmeister geworden? Wir sind 2, 2. Wir sind 2019 Weltmeister geworden? Wir sind 2019 Weltmeister geworden?